...satzes seinen eigenen Service durchbringen, dann ist er im Halbfinale, im Halbfinale gegen Jimmy Connors oder gegen Henrik Sundström. Aber es kann ja vieles noch ändern. Im Tennis ist wirklich erst der Sieg da, wenn der allerletzte Ball gespielt ist. Wer auch immer verliert, zwischen McEnroe und Arias, der Zahltag für einen Verlierer im Viertelfinal ist nicht schlecht. In französischen Franken hört sich das besonders gut an, der Verlierer bekommt ziemlich genau 110.000 französische Franken. Umgerechnet ist es immer noch eine ganze Menge, nämlich etwa 28.000 Schweizer. Applaus Applaus number ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Ball wäre eigentlich prädestiniert gewesen, den Matsch abzuschließen. Zwei Chancen hat er noch. Ja, der Ball wäre eigentlich prädestiniert. Der Matsch ist zu Ende. In genau zwei Stunden schlägt John McEnroe seinen sechs Jahre jüngeren Landsmann Jimmy Arias 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 4.